Wenn Filme und Fernsehsendungen ihr bevorzugtes Unterhaltungsprogramm sind, ist der Bravia XR A80L eine gute Wahl. Der Kontrast spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ein beeindruckendes, kinoreifes Bild zu erzeugen, das wir bequem von zu Hause erleben möchten. Denken Sie an außergewöhnlich reine Schwarztöne und großartige Helligkeitsspitzen, die Ihren Filmen Tiefe und Textur verleihen, die sich echt anfühlen. Beim A80L haben wir unser atemberaubendes OLED-Panel mit XR OLED Contrast Pro gepaart, um Farbwiedergabe zu verbessern. Die Schwarztöne sind jetzt so knackig und vollständig, dass Sie sich in eine ferne Galaxie versetzt fühlen, wenn Sie Ihren Lieblings-Sci-Fi-Film mit einem Kontrast wie nie zuvor ansehen. Es ist das Nebeneinander von einer Milliarde verschiedener Farbstattierungen, der XR Triluminos Pro Farben und der OLED-Schwärze, das die wichtigen Elemente hervorhebt. Selbst beim dunkelsten Thriller entgeht Ihnen nichts, denn unser kognitiver XR-Prozessor verbessert die Bilder so, wie Ihre Augen im echten Leben fokussieren. So können Sie sehen, was in den tiefen Schatten oder in den blendenden Lichtern lauert. Es ist nicht nur das Popcorn und die große Leinwand, die das Kinoerlebnis so besonders machen, es ist die optimale Kombination aus Bild und Ton, die Ihre Filme zum Leben erweckt. Mit dem A80L erhalten Sie nicht nur ein cineastisches Seherlebnis, sondern auch den Sound des Kinos nach Hause. Unsere Acoustic Surface Audio Plus Technologie verwandelt den TV-Bildschirm in einen eigenen Lautsprecher, genau wie die Kinoleinwand. Große Aktuatoren versetzen den TV-Bildschirm unsichtbar in Schwingungen, um einen kraftvollen Sound zu erzeugen, der sich mit dem Geschehen mitbewegt, während der integrierte Subwoofer den Bass verstärkt. Wenn der Ton direkt vom Geschehen auf den Bildschirm kommt, von rasanten Verfolgungsjagden bis hin zu geflüsterten Wendungen, wird Ihr gesamtes Unterhaltungserlebnis verbessert und alles fühlt sich noch intensiver und emotionaler an. Mit der Acoustic Center Sync-Funktion können Sie Ihr Home Entertainment sogar noch eine Stufe höher schrauben und dabei wird das Audiosystem Ihres Fernsehers mit einer kompatiblen Soundbar von Sony synchronisiert, sodass beide zum Center-Lautsprecher werden. Dadurch wird die Klangpositionierung der Audioquellen innerhalb einer Szene verbessert und Dialoge werden klar und deutlich wiedergegeben, sodass sie noch tiefer in die Welt des Films hineingezogen werden. Wenn Sie sich gerne Filme mit Freunden und Familie ansehen, ist OLED der richtige Weg, um sicherzustellen, dass jeder eine tolle Sicht hat. Unser brandneues OLED-Bild bleibt aus jedem Blickwinkel originalgetreu, sodass jeder den besten Platz im Haus für sich beanspruchen kann. All diese unglaubliche Bild- und Tontechnologie wird von unserem kognitiven XR-Prozessor gesteuert, eine echte Revolution in der Bild- und Tonverarbeitung. Sie versteht, wie Menschen im wirklichen Leben sehen und hören. So erkennt er beispielsweise, dass sie sich auf die Hauptfigur in einer Szene konzentrieren und dass das Geräusch eines Kampfschätts über ihrem Kopf hinwegfliegen soll. Mit diesem komplexen Verständnis stellt der A80L dann Szenen in ihrem Wohnzimmer nach, die so realistisch sind, dass sie sie vor ihren Augen ablaufen sehen und die Action um sie herum hören können. Weil Sie Filme lieben, erhalten Sie außerdem 24 Monate unbegrenztes Streaming und 10 Filmguthaben, die Sie bei unserem exklusiven Bravia Core Streaming Service einlösen können. Die ultimative Film-App, die auf dem Know-how der Filmmacher von Sony bis hin zu unseren Ingenieuren basiert und durch die unglaublichen Bild- und Tontechnologien von Bravia XR zum Leben erweckt wird. Greifen Sie auf die Bibliothek von Sony Pictures Entertainment mit den neuesten Blockbustern und Klassikern zu. Schauen Sie sich Filme mit Pure Stream mit bis zu 80 Megabits an, um mehr Details, Farben und Kontraste zu sehen als irgendwo sonst. Und genießen Sie die größte verfügbare Sammlung von IMAX Enhanced Filmen und genießen Sie den Blick hinter die Kulissen der Studios. Mit speziellen Bildmodi wie Netflix Adaptive Calibrated Mode, IMAX Enhanced und Bravia Core Calibrated Mode können Sie sicher sein, dass Sie Ihre Lieblingsinhalte genau so sehen, wie es der Hersteller vorgesehen hat. Anschließend gibt Ihnen der A80L die Möglichkeit, Ihren Energieverbrauch und möglicherweise auch Ihre Stromrechnung zu senken. Unser neues Echo Dashboard ist super einfach zu bedienen und zu verstehen. Je mehr umweltfreundliche Einstellungen Sie aktivieren, desto mehr wächst Ihr virtueller Baum. Das Menü umfasst ein Echo Setup, das Sie durch Ihre Optionen führt. Eine Energiesparfunktion, die die Helligkeit bei Bedarf automatisch reduziert, ein Lichtsensor, der die Helligkeit entsprechend der Lichtmenge in Ihrem Raum anpasst und den Ruhezustand, der den Fernseher intuitiv ausschaltet, wenn er eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird. Wenn Sie auf der Suche nach einem Fernseher mit ultimativen Kontrast, tiefstem Schwarz und funkelnden Lichtern sind und dazu der passende Sound, dann sollte der BRAVIA XR OLED A80L ganz oben auf Ihrer Hitliste stehen.